Nachdenkseiten Die kritische Website Angriff der ukrainischen Luftwaffe auf eine russische Instandsetzungseinrichtung auf der Krim Ein Beitrag von Jürgen Hübschen Nach einer Meldung des US-Magazins Forbes und anderer westlicher Medien sollen die ukrainischen Luftstreitkräfte am 25. Juli 2023 auf der Krim eine russische Militäreinrichtung zur Instandsetzung von dem Krieg beschädigten Fahrzeugen in der Nähe des Ortes Novostopo angegriffen haben und eine große Anzahl von ihnen zerstört haben Der Angriff soll durch SU-24-Kampfflugzeuge erfolgt sein die dafür von Großbritannien gelieferte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow eingesetzt haben Der Angriff wurde von ukrainischer Seite zwar grundsätzlich bestätigt allerdings ohne Einzelheiten zu nennen, welche Waffen und welcher Träger dafür genutzt wurden Marschflugkörper Storm Shadow Der Storm Shadow ist ein von Großbritannien und Frankreich gemeinsam entwickelter Marschflugkörper der in Frankreich unter der Bezeichnung Skype-EG geführt wird Der Flugkörper hat eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern und wird in verschiedenen Luftstreitkräften der NATO von Kampfflugzeugen der Typen Eurofighter, Mirage 2000, Rafale und Tornado eingesetzt Von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart in der Originalversion kann der Flugkörper nicht abgeschossen werden, ist also nicht kompatibel Deutschland verfügt über den Flugkörper Storm Shadow nicht sondern hat die eigene Luftwaffe mit dem Marschflugkörper Taurus ausgerüstet Taurus als Luft-Duft-Flugkörper wird ebenfalls von Kampfflugzeugen eingesetzt ist aber wesentlich moderner als der Storm Shadow und verfügt, je nach Modell, über eine erheblich größere Reichweite Lieferung von Storm Shadow Marschflugkörpern an die Ukraine Bereits im Oktober 2022 wurde bekannt, dass Großbritannien die Lieferung von Storm Shadow Flugkörpern an die Ukraine in Betracht zieht Im Februar 2023 wurden die Aussagen konkreter als der britische Premierminister Rishi Sunak die Lieferung von Waffen mit größerer Reichweite an die Ukraine ankündigte Am 11. Mai 2023 bestätigte schließlich der britische Verteidigungsminister Ben Wallace die erfolgte Lieferung dieser Flugkörper an die Ukraine Kurz danach, am 16. Mai 2023, kündigte die französische Regierung die Lieferung eines neuen Waffenpaketes an die Ukraine an Dieses umfasste neben anderen Waffensystemen auch die Lieferung des Marschflugkörpers Galb-EG Konkret bestätigt wurde diese Absicht durch eine entsprechende Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf dem NATO-Gipfel in Vilnius Ob die Flugkörper schon in der Ukraine angekommen sind, kann man noch nicht sagen Die USA und Deutschland lehnen bislang die Lieferung von Marschflugkörpern mit denen die Ukraine Ziele im russischen Kernland angreifen kann oder könnte ab Einsatz des Marschflugkörpers Storm Shadow durch die ukrainischen Luftstreitkräfte Die Lieferung des Flugkörpers ist bestätigt, aber es fehlen verbindliche Erkenntnisse wie und ob die ukrainischen Luftstreitkräfte in der Lage sind, diese einzusetzen weil sie ausschließlich über ehemals sowjetische Kampfflugzeuge verfügt unter anderem über die SO24 mit der NATO-Codierung Fenster Die SO24 und auch andere ukrainische Kampfflugzeuge sind in ihrer ursprünglichen technischen Konfiguration nicht dazu geeignet, den Marschflugkörper Storm Shadow einzusetzen Dazu müsste der Waffenträger eines Kampfflugzeuges ebenso modifiziert werden wie die Avionik und auch der Pilot müsste eine entsprechende Zusatzausbildung erfahren Ob und wie das möglicherweise geschehen ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden Es gibt allerdings Hinweise, dass im Dezember 2022 in Polen an einem ukrainischen Kampfflugzeug des Types SO24 Tests durchgeführt wurden mit dem Ziel, den Einsatz des Marschflugkörpers Storm Shadow durch die SO24 zu ermöglichen Ob diese Tests erfolgreich waren, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden Und auch die Frage ist offen, wie denn eine ukrainische SO24 zu diesem Zweck nach Polen geflogen werden konnte und gegebenenfalls wohin genau Es steht jedenfalls fest, dass es sich wirklich um eine ukrainische SO24 gehandelt haben muss weil dieser Flugzeugtyp in den polnischen Luftstreitkräften nicht vorhanden ist falls, wie gesagt, diese Tests wirklich stattgefunden haben Bleiben folgende Fragen Welche Fachleute haben die technischen Modifizierungen an den ukrainischen SO24 und die Ausbildung der ukrainischen Piloten wo durchgeführt? Ukrainische Soldaten müssen dabei von westlichen Experten unterstützt worden sein Das gilt ebenso für die ukrainischen Flugzeugführer Von welchem Militärflugplatz in der Ukraine konnten die SO24 trotz der russischen Luftraumkontrolle zu ihrem Angriff auf die Krim-Staaten Und wohin sind sie nach der Operation zurückgekehrt? Zusammenfassende Bewertung Wie immer in diesem Krieg weiß man auch in diesem Fall nicht, wie sich der Vorgang konkret abgespielt hat und ob der Angriff wirklich von ukrainischen SO24 mit Storm Shadows durchgeführt wurde Sicher ist, wie bereits ausgeführt, lediglich der Angriff selbst Theoretisch könnte es sogar sein, dass der Angriff überhaupt nicht von den ukrainischen Luftstreitkräften durchgeführt wurde Aber an derartigen Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen Was ist Wahrheit oder Propaganda? Was? Wishful Thinking oder Fakt? Was? Interpretation oder Annahme? Nur vier Dinge scheinen zweifelsfrei zu sein Erstens, es hat einen Luftangriff auf eine militärische Einrichtung Russlands auf der Krim gegeben weil dieser von beiden Kriegsparteien bestätigt wird Zweitens, die USA haben sich bei den Panzerlieferungen erneut einen schlanken Fuß gemacht indem sie die Marschflugkörper, die sie wegen der Reichweite und des damit verbundenen Eskalationspotenzials selbst nicht geliefert haben, durch Verbündete in die Ukraine haben liefern lassen Dadurch haben sie eine formale und direkte Konfrontation mit Russland vermieden Drittens, Deutschland hat sich hinter der Position der USA verschanzt keine Flugkörper mit einer Reichweite zu liefern die es der Ukraine ermöglicht, das russische Kernland zu treffen Wasch mich, aber mach mich nicht nass, lautet offensichtlich einmal mehr Berlins Devise Wie bei der Lieferung von uranhaltiger Munition durch Großbritannien die man ebenso kritisiert hat wie den Export der von Deutschland geächteten Streubomben durch die USA hat aber daraus keinerlei Konsequenzen gegenüber den Verbündeten gezogen Wie lange hält die deutsche Position, keine Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern wenn doch Großbritannien und Frankreich ihre vergleichbare Zurückhaltung bereits aufgegeben haben? Viertens, durch den Einsatz von Storm Shadow Marschflugkörpern ist die Lage im Ukraine-Krieg weiter eskaliert wie die russischen Angriffe auch auf Ziele im Westen der Ukraine nachdrücklich unterstreichen Fazit Die Lage im Ukraine-Krieg wird insgesamt immer unübersichtlicher und dadurch auch zunehmend gefährlicher Ukrainische Angriffe auf das russische Kernland und aus der Sicht Moskaus gehört die Krim dazu werden zur Folge haben, dass Russland Ziele in der gesamten Ukraine angreifen wird Die russischen Angriffe gegen ukrainische Häfen an der Donau, die sich in unmittelbarer Nähe zur rumänischen Grenze befinden haben einerseits deutlich gemacht, zu welch präzisen Luftschlägen Russland in der Lage ist Aber andererseits auch erkennen lassen, welche Risiken Moskau eingeht, dass auch ein NATO-Mitgliedsland in Mitleidenschaft gezogen wird vielleicht im Rahmen eines nicht beabsichtigten Kollateralschadens Dieser würde aber zum Beispiel für Rumänien ausreichen, eine Beistandsverpflichtung aller NATO-Mitgliedstaaten im Rahmen des Artikel 5 zu fordern Als Basis für den Bündnisfall Wer immer noch nicht erkennt, dass die Gefahr einer Ausweitung dieses Krieges immer größer wird verschließt die Augen vor der Realität Das Gebot der Stunde sind keine weiteren Waffenlieferungen, sondern Diplomatie und Verhandlungen Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte